Mitten in der Pyramide Freunde, wo Sand, Fallen und Mumien auf uns warten. So wie hier Freunde, so eine kleine Waage hier und wir müssen versuchen jetzt das Krokodil zu erwischen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Hat schon mal funktioniert. Oh, ach du Scheiße. Reicht das? Jawohl, reicht's. Sehr schön. Jetzt brauchen wir Elefant. Das heißt, wir müssen doppelt so viel hinstellen. Komm, noch was. Schnell, 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 schnell. Das ist auch knapp, ey. Reicht das schon? Jawohl, sehr schön. Eben noch nicht. Wir wissen, was wir da was wegtun. Nein. Wir wissen, was wir jetzt noch mal machen. Ah, ganz knapp, ey. Ha, 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 ha. Heiligem Scheiße, Junge. Oh mein Gott. Aber wir haben es geschafft. Junge, Junge, Junge. Hey, fehlt nur noch ein einziger. Mensch, war das knapp. Aber übel. Wieder Geistwellen hier. Er ist der Klein, dann der Große. Oh. 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 Du wartest kurz, Freund. Komm schön her. Ja. Und Smashing. Und kaputt. Oh, yes. Der Gänse sind. Wo ist denn das denn hier? Noch ein Gulli gefunden? Oh. Noch ein Gulli gefunden. Ich bin ein Gulli gefunden. Oh. 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 Was für ein Geist-Battle hier. Und Mumien. Er muss ja wohl übelst aufpreisen hier. Wie du es am Knut machen. Und kaputt. Sehr schön. Einer ist noch da, der Knutler. Komm her du Arsch, komm komm komm. Sehr schön erwischt. Gehen wir jetzt hier durch? Was ist denn das denn hier? Ne spinnen wir das gerade hier. Noch ne Spider. Noch mehr Herzen hier. Genau. Das kommt da rein, Freunde. Oh shit, Gift kommt jetzt rein. Viereck, Viereck, da unten. Da kommt er oben rein, denke ich. Jawoll. Der kommt dort rein. Der kommt dort rein. Der hier rein. Der hier rein. Der hier rein. Der hier rein. Einer fehlt bis jetzt noch. Wo ist der versteckt? Der muss ja noch irsche wulischen, das Dinger. Hä, habe ich hier irgendwas übersehen? Ah, hier haben wir den letzten, sehr schön. Das Dreieck haben wir hier. Und sehr schön erwischt. Wir brauchen wieder ein paar Herze, Freunde. Geld natürlich hoch und Scheine. Für was ist das denn da? Ach, Moment, da oben. Hey, der letzte, sehr schön. Ebene Kompliet. Da verliert der übelste Geld, äh, übel. Ein Geldgeist ist drin gewesen. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir das Geldgeist. Hier war jetzt alles safe, gell? Jawohl, das wäre soweit geschafft. Und hier haben wir die letzten. Geschafft. Jetzt könnten wir schon ganz hoch gehen. Zum Bossfight. Zum Bossfight. Jetzt kommt erstmal jede Menge Sand her. Ja. Das geht jetzt hier ab, ey. Boss-Action vom Feinsten, ne? Jetzt kommt das nicht nach oben. Und jetzt kommt das nicht hin. Moment denn mal, ich hör doch noch jemanden. So ein dummer Fettsack hier. Komm her Junge du. Du scheiß Widerich. Widerich zuerst. Dass der down geht. Perfekte Falle gestellt. Und komm zu mir du Arsch. Sehr schön geschafft. Oh yeah. Oh yeah. Noch mehr Kohle abräumen wir. Mit Goldenspinnen auch. Was ist das denn hier? Nochmal extra Cash gibt's hier. Oh oh. Oh oh. Haha scheiße. Einfach nur schnell sein. Ähm. Hm. Wieder was abburning. Schicke Pose, hä? Oh Freunde, in der nächsten Folge gibt's den Bossfight. Pyramide des Pharaos. Letz follow us.